Seit Juni sind Christina und Luca Henni stolze Eltern einer Tochter. Ihr Leben hat sich damit grundlegend verändert. Auch für Luca waren die ersten Wochen nach der Geburt nicht leicht, wie die Tänzerin jetzt verrät. Christina Henni, 34, ist aus der Babypause zurück. Im Juni erblickte ihr erstes gemeinsames Kind mit Luca Henni, 30, das Licht der Welt. Seitdem hat ihre Tochter, deren Namen die beiden privat halten, den Alltag des Let's Dance Traumpaares auf den Kopf gestellt. Auch als Paar lernen sich die beiden noch einmal neu kennen. Christina Henni, wir sind sehr unterschiedlich als Eltern, wir sind sehr unterschiedlich als Eltern, erzählt Christina Henni im Sie. Talk der Schweizer Illustrierten und führt aus. Wir wussten das vorher auch nicht, aber Luca ist bei uns schon so der Entertainer zu Hause, auch der Entertainer von der Kleinen. Also, wenn es darum geht, sie zu unterhalten und Programm zu machen, dann ist er ganz groß. Und ich bin eher diejenige, die dann sagt, Schatz, ich glaube, sie hat jetzt genug. Also, ich bin eher so der Ruhepol und er bespaßt. So liegt auch fast auf der Hand, wie die Rollenverteilung der frisch gebackenen Eltern später einmal bei der Erziehung sein wird. Ich vermute, dass ich strenger sein werde. Ich hätte es lieber andersrum, sagt die Profitänzerin lachend. Irgendeiner muss es ja machen und ich vermute, ich werde das dann werden. Na ja. Holpriger Start nach Geburt für Luca Henni so gut sich Christina und Luca mittlerweile als Eltern eingespielt haben. So holprig war, wie wohl für die meisten Eltern, der Start. Ihr Neugeborenes ließ sich zunächst nur von Christina füttern. Ich konnte es auch total nachvollziehen, dass es für ihn frustrierend war, weil es bei mir sofort geklappt hat. Sie hat von mir den Schoppen, Bezeichnung für Babyflasche in der Schweiz und Süddeutschland, Anmerkung der Redaktion, genommen, obwohl ich stille. Das hat in der Zeit alles funktioniert, gewährt die 34-Jährige einen Einblick in die Zeit nach der Geburt. Da war er schon sehr traurig. Ich glaube, das ist bei ihm auch heimlich mal ein Tränchen geflossen. Weil er gesagt hat, er hätte sich halt auch gewünscht, dass er da mehr übernehmen kann. Luca und Christina Henni waren fast wie überrumpelt von der Schwangerschaft. Durch den Zuwachs hat sich auch die Dynamik in der Beziehung des Paares etwas verändert. Das Zeitmanagement sei ein ganz anderes geworden, erklärt sie. Vor allem aber rechneten die beiden offenbar nicht damit, so schnell Nachwuchs zu bekommen. Wir waren ja auch frisch verheiratet, als ich schwanger geworden bin. Das ging ja alles recht fix. Und meine Ärztin hat damals gesagt, setzen Sie sich nicht unter Druck. Das kann schon so sechs Monate dauern, das ist normal. Das waren Wochen, das waren keine Monate im Nachhinein, so Christina. Und dann waren wir fast wie überrumpelt. Eine Schwangerschaft sei jedoch immer ein Geschenk. Eine Veränderung konnte die Tänzerin jedoch an sich feststellen. Ich glaube, meine Zündschnur ist kürzer geworden. Deswegen bin ich wahrscheinlich schneller oben als vorher. Aber sonst eigentlich nicht so viel. und dann sehe ich krater. Das warxton meiner, das Tisch war nicht zu mir. Und dann habe ich vertreter. Ich muss mich nieütigate, aber es ist để απроп charted. Und da bin ich. Ich glaube, es soll das so sehr wichtig sein. Und da ist noch ein bisschen medieval. ales-P Vielen Dank.